hallo ich bin es wieder raute hesse herzlich willkommen auf meinem kanal welcher wochentag haben wir heute montag rammstein day ja ich beginne das jetzt immer mit ähnlichen sätzen nämlich es ist so dass ich moment wo gerade aktuell nichts besonderes passiert also wir warten ja gerade auf das video von platz 1 wir warten noch auf also von lindemann wir warten noch auf das video von zeitig also von rammstein dann fangen im februar jetzt die ganzen die tournee von lindemann an und danach dann die von rammstein also da warte ich gerade drauf und in der zeit beschäftige ich mich mit den texten die die ihr mir schickt also warum die die ihr mich bittet habe ich jetzt mittlerweile eine ganz lange liste und ja das ist jetzt auch noch mal so wenn ihr euch für bestimmte texte interessiert wo ihr denkt auch wüsste ich gerne ein bisschen mehr drüber schreibt mir einfach so auf instagram oder auf facebook oder hier nicht so und heute geht es um mann gegen mann das stand ziemlich weit oben auf euren auf eurer wunschliste und beschäftige mich natürlich gerne mit weil ich musikalisch ist es jetzt nicht eines meiner lieblingslieder aber dieser der text ich bin total ja total begeistert ich weiß noch wie ich das zum ersten mal gehört habe also die die jetzt nicht alle meine videos geguckt haben ich bin in dem sinne kein fan ich bin vielleicht ein wohlwollender beobachter sondern ich habe vor sieben jahren durch bestimmte gründe könnt ihr euch ja angucken in dem video was ich dazu gemacht habe das heißt rammstein als selbstbestrafung habe ich in ein jahresprojekt gemacht und mich intensiv mit allem beschäftigt was rammstein betrifft so und als ich dann auf mann gegen mann stieß zuerstes mal beginnt ja sehr schnell dass man begreift es geht um homosexualität und ich hatte auch ein bestimmtes bild von rammstein und da war ich ich weiß noch wie im wohnzimmer stand und das so hörte und dachte wow also spätestens jetzt muss ich meine gesamte fantasie vorstellung einstellung zu rammstein noch mal überdenken also wie immer berichtet till die behandelt dieses thema aus der ich perspektive so als wäre er jetzt dieser schwule man und ich bilde mir eigentlich habe noch nie ein text ein gedicht ein lied darüber gehört das so ja so zärtlich beschreibt wie ja wie wie das leben als schwuler ist es gefällt mir sehr gut dass es außer ich perspektive macht das ist in anderen fällen man wie diese geschichte von diesem diesem fritzel der dieses seine eigenen kinder einge festgehalten hat und immer wieder geschwängert hat also dann wenn das ist wenn das aus der ich perspektive geschrieben wird ist das gruselig oder hier der menschenfresser von rotenburg und da er das aus der ich perspektive geschrieben hat haben sich natürlich alle aufgeregt aber das ist eben nun mal seine art kultur zu machen seine art sich auszudrücken und diese themen zu behandeln die ja nun mal in dieser gesellschaft da sind und wenn sich wenn keiner darüber redet dann muss auch hamstein es eben tun und eigentlich fehlte tatsächlich noch das thema viele themen aber das thema homosexualität aus verschiedenen gründen auch weil es ja immer hieß die sind zu rechts und naja also die einstellung von homosexualität bei in der rechten szene müssen nicht drüber sprechen damit haben sie nie statements abgegeben aber damit haben sie natürlich unterschwellig auch ein statement noch mal abgegeben das hat mir ganz gut gefallen dann das video okay also es geht um mann gegen mann klar bei dieser überschrift konnten alle erst mal schreien mann gegen mann und wenn man sich das mal an druck anguckt wie es gemeint ist es ist so mann also der heterosexuelle mann und den gegenüber gestellt gegenüber gestellt ist der homosexuelle mann also diese beiden stellen wir immer gegeneinander und betrachten ist also da ist es keine provokation ist auch keine wertung und nichts drin das beginnt mit das schicksal hat mich angelacht und mir ein geschenk gemacht warf mich auf einen warmen stern der haut so nah dem auge fern das sind die ersten die ersten sätze das heißt das schicksal hat mir ein geschenk gemacht das ist nicht alle ja wie schrecklich und ich wünschte es wäre anders und ich möchte möchte normal sein wie alle seien sondern hey ich habe das angenommen ich ich habe festgestellt ich bin so ich interessiere mich für männer und nicht für frauen und ich habe das angenommen es hat mir ein geschenk gemacht hat mich angelacht und mir ein geschenk gemacht das heißt ich nehme das an als nicht nur ja was soll ich machen sondern ja das ist mein leben und das ist gut so da mache ich jetzt das beste draus der haut so nah dem auge fern das ist also der haut so nah dieser homosexuellen beziehung haben ja doch einen sehr hohen anteil an sexuellem interesse also ich glaube mehr interesse als bei den heterosexuellen beziehungen oder haut so nah und dem auge fern ist eben ich muss mich verstecken also das ist eben noch so dass man das nicht man kann es in bestimmten gegenden natürlich problemlos offen ausleben in köln in berlin und so aber es gibt also grundsätzlich ist es eher so dass junge junge jungs die feststellen dass sie so sind dass sie sich erst mal verstecken oder verstecken müssen daraus schieße ich jetzt dem auge fern ich nehme mein schicksal in die hand ist natürlich zweideutig ist klar ich nehme mein schicksal in die hand oder die schicksal was mir mitgegeben worden ist dass wir ja alle haben das ist einfach nur eins von schicksalen dieses schicksal ist eben jemand der quasi nicht in die sexuelle norm passt aber ansonsten haben wir alle irgendein schicksal er nimmt sein schicksal in die hand aber er nimmt natürlich eben auch sein schicksal in die hand also in form von seinem gemächt mein verlangen ist bemannt wunderbar ist das nicht wunderbar ausgedrückt mein verlangen ist bemannt also ein könig ohne königin ja okay also zwei könige braucht keine königin und dann wenn sich an mir ein weib verirrt dann ist die helle welt verirrt verwirrt beim ersten hören und lesen dachte man heile welt aber wenn sich an mir ein weib verirrt dann ist die helle welt verwirrt also tja die die helle welt das ist die die auf der auf der seite im licht stehen den dies den dies leichter haben es geht ja nicht darum ob es richtig oder falsch ist um gottes willen sondern die es leichter haben in dieser gesellschaft die einfach mehr im licht stehen diese helle welt also die glaubt dass sie im recht sind die glaubt dass sie es richtig machen die ist dann verwirrt ich bin der diener zweier herren ist ja auch ganz schön also muss ich auch nicht groß erklären gleich und gleich gesellt sich gerne und hat er dann wie er so gerne macht dass ich ein gängiges sprichwort genutzt und für sein thema umgedeutet hat mir auch gut gefallen und dann ich bin die ecke aller räume ich bin der schatten aller bäume in meiner kette fehlt kein glied okay das ist jetzt wieder ein schönes wortspiel aber ich bin die ecke aller räume stellt euch vor also erst derjenige der hat in der ecke steht nämlich in der mitte mit den anderen steht ich bin der schatten aller bäume so also dass das zeigt eben schon ja ich habe mein schicksal angenommen und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit sonst würde er nicht sagen es hat mir ein geschenk gemacht aber ich erzähle euch auch hier mal das ist kein spielzeug ist es kein spaß so zu leben man muss auch mit ganz schön vielen themen und dunkelheit fertig werden das finde ich hat er sehr schön also gefällt mir richtig gut ich bin die ecke aller räume ich bin der schatten aller bäume ich bin der albtraum aller väter mein geschlecht schimpft mich verräter das gefällt mir auch gut da hat er das hat er einfach nur benannt ich bin der albtraum aller väter mein geschlecht schimpft mich verräter also da gibt es kein großes getös rum da gibt es keine diese ganzen adjektive die gefühle machen sollen darum herum das kann er ja sonst sehr gut das macht er auch sehr ausführlich und ausgiebig sondern das erzählt er jetzt nur das ist so ich bin der albtraum aller väter da gibt es nichts gegen zu sagen zu zu sagen und mein geschlecht ruft mich verräter und dafür darum ist diese leistung dass er am anfang sagt der schicksal hat mir ein geschenk gemacht und mich auf einen hellen stern geworfen also ich nehme das an und ich lebe so gerne darum ist diese leistung besonders groß weil er eben auch sieht mit wie viel ablehnung und abneigung er zu tun hat und anscheinend kommt diese person da gut mit zurecht dann mann gegen mann kalte zungen niederschlagen also kalte zungen niederschlagen dann schwula mit aha am ende kalte zungen niederschlagen ist klar das sind diese bösen gerüchte diese da diese diese hässlichen worte die über sie gesprochen werden die diese beleidigungen mit denen sie leben müssen kalte zungen niederschlagen auch gut ausgedrückt also ein kleiner satz kalte zungen niederschlagen und wenn man diesen satz anguckt dann steht man auf einmal mitten in dem leben von diesen jungens von diesen ich sage jetzt immer jungs weil ich vermute am anfang ist es am schwersten oder aber von diesen männern und spürt wie es ist in den ecken zu stehen kalte zungen also bösartigkeiten gemeinheiten mich interessiert kein gleichgewicht und dann am schluss doch friert mein herz an manchen tagen doch friert mein herz an manchen tagen da muss ich nicht viel zu sagen das habe ich ja gerade schon erklärt das ist dies das sind diese ja ich lebe mit diesem leben so wie es ist aber es gibt tage da wünschte ich mir es sei anders ist diese kälte und diese frieren und das gibt auch gibt auch eine sequenz wo dann klar wird ja es wird ja immer wieder darum darüber geredet also über die sexualität mit dem gemächt was alles in der hand hat und in meiner kette fehlt kein glied und so und dann gibt es eben diesen moment wo auch klar wird ja es geht aber nicht nur um den körper und was mir manchmal fehlt ist diese seelische nähe so also in einem in einem stück von weiß ich nicht drei strofen tatsächlich ganz komplex viele dieser themen der positiven der der gar nicht zu bewerten und der negativen themen zusammengefasst gefällt mir sehr gut das video dazu war natürlich rammstein provokativ die sechs rammstein männer nackt wirklich nackt total eingeölt und der frontmann also til den man nun mal sieht kann man können sie ja nicht nackt da hinstellen oder immer nur so kreuzchen davor mit ihm dem haben sie dann so eine latex schlüpfe angezogen und so einen damenstiefel den der echt nicht gehen kann dass das aber dieses ich kann in dieser welt er konnte ja kaum gehen er konnte sich kaum bewegen er war nicht nicht frei beweglich in dieser welt das war gut dargestellt dadurch so wie wir da stand und am schluss reißt er sich auch alle haare aus und alle anderen fünf rammstein jungs auch nackt das album ist ja von 2005 das sind jetzt 15 jahre da waren die jungs so um die 40 oder eben til schon sehr gut um die über über 40 es ist sehr beeindruckend ich sitze da immer vor und mein mann der so alt ist wie wie till also wie ich und wie till bis zu einer voraussagen kein einziger bauch also ich meine da hat man mal einen der sich so gut hält aber sechs männer eingeölt nackig und ganz ohne bauch und wirklich gut trainierte körper das war eine augenweide man darf sogar flackes po einmal in vollversion sehen war auch ein genuss ja hat mir gut gefallen dass sie das noch mal so zwar sehr provokativ und sehr muss einen kleinen moment muss man sich so zusammen nehmen aber das jetzt noch mal so dargestellt haben und dann mit ganz vielen nackten männern jede hautfarbe jeden colors allerdings alle gut durchtrainiert und alle mit perfekten körpern also das wie man sich ich mir in meiner ganzen kindliche naivität schwule beziehungen oder oder schwule vorstellt ich habe immer also die die ich kenne das gefühl da wird sehr viel auf körperlichkeit wertgelegt und wirklich oft sehr gut trainiert so ganz viele nackte männer die dann das war ganz schön am schluss die dann jeden einzelnen jedes einzelner rammstein mitglied nackt über sich her tragen so quasi nicht vielleicht ein kleines dankeschön oder so ja und das endet eben damit dass till quasi in verzweiflung gerät und sich die haare ausreißt ich glaube das war das von jonas öckerlund so ein klassisches video von ihm aber dieser till in dem latex schlüpfer und den damenstiefeln die werden uns die nächsten 15 jahre beglücken ja glaube das ist das was ich zu mann gegen mann zu sagen habe und da noch mal ganz deutlich es geht echt nicht dass jemand gegen jemand ist sondern wir stellen es einfach nur gegeneinander und wenn irgendjemand wissen möchte ja wie wie geht denn das leben eines schwulen wie ist es denn und wie fühlen die sich denn dann kann man sich dieses lied einfach mal in ruhe angucken da muss man eigentlich überhaupt keine artikel mehr lesen und das alles aus der ich perspektive wirklich gut gemacht chapeau habe ich wirklich respekt vor und vielen dank okay gut darum hoch freut mich wenn euch das dazu bringt eure gesamte familie und freundeskreis eure kollegen und die armen leute auf der straße hier noch treff dazu zu motivieren mich zu abonnieren gerne bin ich euch wirklich dankbar für und schreibt mir doch gerne was ihr dazu denkt oder was für erfahrungen ihr gemacht habt bis dann tschüss und dann abonni 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 Bis zum nächsten Mal.